ARD Text im Auftrag von Funk So, Hallihallo! Ähm... Wir spielen The Long Dark. Press any key, machen wir. Es ist nämlich ein neues ähm... Neuer Patch rausgekommen, würde ich mal sagen. Ja, und... Was? Das ist immer eine Alpha, okay. Dann gucken wir mal, Sandbox, aha! Da gibt's Speicherstände. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir... Ja, da kommen wir auf jeden Fall rein. Und ich hab noch keine richtige Ahnung... Ach, wir sind im Leuchtturm, genau. Das war dann eigentlich cool mit dem Leuchtturm. Wie spät ist es denn? Sehen wir das hier irgendwo? Ich muss immer erstmal reinkommen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin hungry und ich bin dehydrated, okay. Also wir haben auch gepennt. Three days... Wie spät ist es aber? Na egal, gucken wir erstmal erstmal... Was essen und was trinken... Das sind die Lebensmittel. Und trinken was. Okay. Und wir essen mal hier diese... Blöden Bars. Nehmen wir nochmal das... Oh, Military Grade. Falsch gedrückt, aber... Das gibt ordentlich... Kalorien. So. Was haben wir denn an Klamotten an? Äh, puh. Was haben wir an? Wir haben Schuhe, wir haben Hosen, wir haben Pullover, wir haben Unterhosen, Schal und... Auch... Das. So. Ich hab auch keine Ahnung mehr, ob ich hier irgendwo Sachen abgelegt hab. Bestimmt. Ich kenn mich ja. Oh Gott, was ist denn das jetzt für ne Uhrzeit? Stand das nicht sonst immer da? Das ist natürlich grad Kackwetter, um hier irgendwas zu erkunden. Das ist echt blöde. Oh. Ich hab keine Ahnung, wie spät das denn ist. Wir schlafen mal zwei Stellern. Worteur aus auf der left. Okay. So, was sind das denn? Noch zehn Stunden? Ich will halt das neue Gebiet mal angucken. Also das hier kennen wir ja schon. Oh, das ist echt ein Kackwetter. Was ist denn, wenn ich gar nix will? Gibt's hier irgendwie Options, Controls, Keybindings... Mhhh... Holstershaar. Okay. Ja. Ich bin mir auch nicht mehr ganz so sicher, von wo ich eigentlich gekommen bin. Ich glaub von da drüben und wir müssen... Also ich schätz mal, dass es dann da irgendwie weitergeht. Ach, gucken wir mal. Also wie gesagt, es gibt ein neues Gebiet. Das ist wohl das letzte, was es jetzt noch freizuschalten gibt, bevor es dann in die Beta-Phase geht. Es gibt einen Trailer für... Ach, dass man hier nicht hochkommt. Für... Ähm... Ich meine, wie heißt's... Für den Singleplayer? Also für den Storyplayer. Das sieht ganz nett aus. Ach... Das müssen wir gleich kämpfen, aber ich hab gar keinen Bock drauf. Mal gucken, wie laufen wir erst mal weiter. Okay, jetzt gucken wir mal, wie wir uns hier versteigen können. Gar nicht. Haben wir ja keine Verletzung. So, da drüben waren wir auf jeden Fall schon. Das Ding haben wir angeguckt alles. Aber wie fühlen wir uns denn grad jetzt... Nix null. Es ist halt null kalt. Gut, das nehm ich hin. Ach, guck mal hier. Okay, diese Stimmen von den... Wölfen ist krasser geworden. So, jetzt wollen wir uns mal schnell heilen. Wat? Eine First Aid. Achso, so muss man das jetzt machen, okay. Okay, das geht's wieder gut. Mal gucken, ob wir da hinten weiter kommen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es da weitergeht in dem Gebiet. Alter! Oh, what the fuck? Oh... Alter, ich kann nichts gegen ihn tun, oder was? Okay. Das war dann natürlich auch irgendwie ein bisschen gescriptet, ne? Unsere Klamotten sind alle kaputt, die müsste ich da mal reparieren. Ja, ist kalt. Nein! Kann ich das irgendwie jetzt schon reparieren? Ne, nicht Harvest, ich will die repairen. Fuck, hab ich kein Repair-Kit mit, oder? Die kann ich auf jeden Fall... Where? Ah, ich hab versucht, mich noch zu retten, aber... Ja, schade. Da müssen wir wohl für neun anfangen. Confirm. Hier. Ach, da kommt sogar noch eins. Ah, ne, random ist das okay. Also... Zimberwolf-Mountain. Check. Check. Probieren wir's einfach nochmal jetzt. Wir sehen mal wenigstens das Gebiet direkt. Mal gucken. Aber so ein Bär? Okay. Das ist natürlich schon heavy, anscheinend. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Anhang haben wir? Ja, okay. Gut, von dem Zeug her geht's erstmal vom Start. Hat ein bisschen was vom ersten Stadtgebiet bis jetzt. Landing Gear. Ja, ich glaube es wird langsam dunkel, das würde ich mir damit sagen, aber... Alter. Ist hier irgendwo eine Hütte? Ah, dass man immer so schnell exhausted ist. Und Steg bedeutet eigentlich eine Hütte. Crystal Lake? Ist Crystal Lake nie eigentlich der Crystal Lake vom... Heißt der nicht auch Crystal Lake? Ist das aus der ersten Episode? Aber was dann kommt... Also es wirkt halt lustig. Es sieht doch nicht genau so aus. Okay, das Exhausted ist aber auch, also... Hm. Na, verstehe ich noch nicht ganz. Was? Komm ich hier rum rein? Ne Segel! Was gibt's denn hier noch so? Was haben wir hier? Aha. Mountain Rope. Rifle Cleaning Kit. Und Pfeil? Gucken wir da gleich mal an, was wir hier erstmal noch anziehen können. Das ist ein Assaulted West. Ourswetter. So. Aha. Gut. Bringt mir nicht viel. Wird das jetzt Nacht oder was ist hier los? Ganz schön Helligkeitsschwankungen, oder? Fünf Stunden Tageslicht, sagt's mir. Ach wisst ihr was? Wir sind ja hier um zu erkunden. Wieso tun wir das jetzt auch mal? Das sind Hirsche. Ich weiß nicht, beim ersten Mal habe ich direkt 50 Tage auch dann geschafft. Relativ schnell. Und als ich dann die Rifle gefunden habe, ey, das war der Hit. Aber, ja. Die waren dann relativ schnell kaputt und seitdem habe ich auch keine Waffe mehr gefunden. Ich glaube, dass hier irgendwie Wolf Creek heißt oder so ein Scheiß, ne? Na ja. Wissen wir Bescheid, dass es hier wahrscheinlich auch viele Wölfe geben wird. Das ist halt nicht so fein. Aber gucken wir jetzt erstmal hier drüber. Na ja, hier. Das ist das Rote da unten. Das interessiert mich. Wollen wir gleich gucken was neu hoch. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge, oder? Dann erkunden wir weiter. Bis bald. Bis bald. Bis bald.